Sie ist in dieser Nacht aus der Strafvollzugsanstalt Dortmund ausgebrochen. Karl-Heinz Krabowski ist gewalttätig. Er hat mich gesagt, dass ich nichts machen will? Ich will jetzt erstmal mein Leben genießen. Was ist mit dem Geld? Alles aufgrund! Ich komme morgen vorbei. Da hol ich die Krühe. Warum soll ich in unserer Firma einbrechen? Meine Hand fäscht die andere. Also was ist nun? Ja oder nein? Manchmal kannst du dein Willi auf den Sack gehen, weißt du das? Ich zieh das Ding allein durch. Hey Schlucker, wir sind Kollegen! Hey, die haben mich bescheiß, wir bescheißen eine andere. Die sind doch mit der Cola schon längst um alle Berge. Ja, ist mir doch scheißegal. Habt sie doch nicht mehr alle! Alle Scheiße, Mann! Es gibt schon ein Blutbad! Entschuldigung, könnt ihr mal kurz unterbrechen? Uwe, so kann ich nicht arbeiten. Ich meine, das ist der totale Abdörner. Ich meine, jetzt guck mal hier. Die lade sich da sofort unten. Ach was? Das geht ja bitte schon die ganzen Tage so. Und was kann ich hierher? Ach, du Wetter. So, ist ja auch gut heute. Echte Gefühle. Bin ich da auch drauf? Nee. Weiß nicht. Jeden-Kunknall. Ja, ich steh. So, ist das ein Blutbad. So, ist das ein Blutbad? So, wie soll ich mich? So, ist das ein Blutbad?